Musik 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 Und das Ohr in der Wiederholung. Davon können die Fans nicht genug bekommen. Wir haben damit den ersten Treffer dieser Begegnung und es steht jetzt 1 zu 0. Da bekommt der Verteidiger den Ball wieder unter Kontrolle. Wie Sie ja sicherlich auch hören können, analysieren sich die Fans hier gut. Sie bauen ihre Führung zum 2 zu 0 aus. Wise, Wagner, da haben Sie guter Geht und den gegnerischen Angriffen nicht genug machen. Trotzdem ein guter Torversuch, das muss man sagen. Hinten wieder ein Ballbesitz gelangt und bald schön nach vorne gespielt. Heckel können Sie ausbrechen, der trifft den Pass auf. Auf Sicherheit gespielt. Ganz hinten kommen Sie wieder ein Ballbesitz. Die erste Elf ist vorbei, 2 zu 0 der Spielstab. Welche Mannschaften, der trifft den besseren Start in die zweite Elf? Der hat ihn verwandelt. Das Tor noch einmal in der Wiederholung. Das gefällt den Zuschauern. 3 zu 0 nun und sie ziehen davon. Da sind Sie hinten wieder ein Ballbesitz. Gehalten, das sah schwieriger aus, als es in Wirklichkeit war. Das hat weh getan. Und an den Pfosten und hilf aus. Da hat der Tor den Ball wieder an die Spieler abgegeben. Wise, das ist das Tor. Das Tor schauen wir uns noch mal an. Was für eine großartige Atmosphäre, die die Fans hier erzeugt. 4 zu 0 hier und das ist ein Konkurrentes. Die 16er den Ball wieder in den eigenen Rang. Er trifft den Osten. Mit der Brust angenommen. Koletzke. Er wacht nicht, der, der den Ball eigentlich bekommen sollte. Da stand der Verteidiger goldrichtig. Den verlorenen Ball im Mittelfeld zurückholst. Keller verwandelt. Die Zuschauer scheinen zufrieden zu sein mit dem, was ihnen hier geboten wird. Die Spielzeit ist fast von Gafels der Schubbruch. 4 zu 1 hier das Endverrückte. Ein Grund des Sieges waren mit Sicherheit die extrem gut aufgelegten Verteidiger, die den Stürmern nicht viele Chancen erlaubten. 1. Also in den Stürmern ist der Schubbruch. Vielen Dank.